Wir haben das Ende der Hauptzeit weggeschmissen, da haben wir drei, vier Fehler gemacht, die ein paar Gegenstöße und dann waren wir vier, fünf hinter und dann sind wir immer vielleicht auf zwei rangekommen, aber wir haben es nie geschafft, so unentschieden zu machen. Ich glaube, da haben wir es liegen lassen. Wir haben es leider nicht geschafft, über 60 Minuten das zu bringen, was wir wollten. Wir haben vorne zu oft den Ball weggeschmissen. Ja, dann ist es auch nicht leicht, wenn man durch solche Gegenstöße immer wieder aufwollen muss. Zum Schluss hatten wir noch fast die Chance zum Ausgleich. Ich muss sagen, da haben wir über 60 Minuten zu wenig gezeigt, damit wir auch was mitnehmen hätten können. Ja, ich glaube, wir sind glücklich, die beiden Punkte mit Alempo zu nehmen. Ich fand, wir haben in der ersten Halbzeit ab der zehnten Minute das Spiel bestimmt, haben mit fünf Toren vorne gelegen und dann auch in der zweiten Halbzeit das Spiel zwar ausgeglichen gestaltet, aber immer mit einer Führung bestimmt. Die letzten drei Minuten waren dann nervlich sehr aufreibend, aber ich glaube, mit ein bisschen Routine und Erfahrung haben wir es dann am Ende zu Ende gespielt. Und ich glaube, auch verdient die Punkte von.